So, da sind wir wieder. Ich hab mich erst mal wieder soweit beruhigt. Ich werde jetzt mal eine andere Musik finden. An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose. Uh... They're too well protected. Our energy streams aren't going to hurt them. Peter, go kick them. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the Ecto. I wholeheartedly agree with Rick. More precisely, they're little stone angels, capable of attaining speeds of 198 feet per second before they hit their targets, which is us. Kamikaze aim? Man, I'm going back to the sun. These particle throwers aren't doing anything to them. Tether them and smash them into something. Come on. Come on. Oh, shit. Man, das ist doch unglaublich. Ach, nee. Take a scan. See what you find. Hey, over here. Little help? You tried everything. Yo, little help? Yeah, it's a new heat. Well, it's such an extreme situation. I suppose it's possible to cause a harm, but I don't think anything we have is going to make a dent in it. Then what's our plan? Ray, you two check out that side. I think I'm picking up something odd here. What's your take on this? An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose. Uh... 12 black eye. They're too well protected. Our energy streams aren't going to hurt them. Peter, go pick one. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the echo. I wholeheartedly agree with Rick. What precisely is they're little stone angels, capable of attaining speeds of 198 feet per second before they hit their targets, which is us. Oh, man. Oh, man. Man, das kann doch nicht wahr sein. Alter. Besser. Besser. He's okay, we're getting the pockets and the to change. Hey, over here. Little help? Nice. That's a huge one. Oh, we're getting the limit. Well, it's such an extreme situation. I suppose it's possible to cause an harm. But I don't think anything we have is going to make a dent in it. Then what's our point? Ray, you two check out that side. I think I'm picking up something odd here. What's your take on this? An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose. Uh, we have a black eye. He's on, he's on. They're too well protected. Our energy streams aren't going to hurt them. Peter, go kick them. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the Ecto. I wholeheartedly agree with Ray. More precisely, they're little stone angels capable of attaining speeds of 198 feet per second before they hit their targets, which is us. But that's the end. Man, I'm going back to Sunday. The particle throwers aren't doing anything to them. Sack. I'm trying to try something different. Yo, new guy! We've tried everything. This metal is psychonically charged, rendering it effectively indestructible. Well, in such an extreme situation, I suppose it's possible to cause it harm, but I don't think anything we have is going to make a dent in it. Then what's our point? Ray, you two check out that side. I think I'm picking up something odd here. What's your take on this? An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose. Uh, Bonobot died. They're too well protected. Our energy streams aren't going to hurt them. Peter, go kick them. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the Ecto. I wholeheartedly agree with Rick. More precisely, they're little stone angels capable of attainment speed of 198 feet per second before they hit their targets, which is... Man! Kamikaze ain't. Man, I'm going back to the sun is here. The particle throwers aren't doing anything to them. Gather them and smash them into something. Mama! Wie soll denn das zu schaffen sein hier? Aha! Give it to them! Look out! On your left! Looks like a good place for slime feathering. What? Ah! Oh, ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Auf der Seite. Ich bin ein. Wie geht es mit ein Schlaufe? Ich bin ein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich bin ein. Oh, mein Gott. Ah, er hat mich. Ich hab langsam echt keine andere Möglichkeit hier irgendwie. Wie sehe ich das Video? Oh, mein Gott. Ah, ist das Boot. Oh, mein Gott. Oh, das ist so eine extreme Situation. Ich glaube, es ist möglich, dass es einen Schlaufe zu tun hat. Aber ich glaube, dass nichts, was wir haben, ist, dass es da einen Schlaufe zu tun hat. Dann was unser Plan? Ray, du zwei schauen, auf der Seite. Ich glaube, ich habe etwas Angst. Was ist dein Geist an das? Eine Schlaufe zu verabschieden, auf eine Schlaufe zu verabschieden. Ein paar Konkassive Hände und die Hände kann nur abstehen. Man! Hey, das ist doch... Hey, das ist doch nicht normal. Kann man nur irgendwas kaufen oder so? Bisherweise habe ich ja schon alles. Bisherweise habe ich ja schon alles. Ich habe ja schon alles. Ich habe ja schon alles. Ich habe ja schon alles versucht, dass ich die Schlaufe zu verabschieden habe. Ich habe ja schon alles versucht, dass ich das nicht verabschiede. dass ich die Schlaufe zu verabschieden habe. Aber ich glaube, dass ich nicht alles, was wir haben, dass wir da einen Schlaufe zu verabschieden haben. Dann was unser Plan? Ray, ihr zwei schauen, auf der Seite. Wie viel soll ich von den Fischern überhaupt töten? Das ist ja okay, genau. Eine indestructible Hände, mit einem Schlaufe zu verabschieden. Ein paar Konkassive Hände und die Hände könnten nur abstehen. Uh, 12 o'clock high. Die Partikel-Frowers machen nichts mit ihnen. Man. Alter. Ich weiß nicht, ob ich mir hält. Ich habe jetzt irgendetwas. Ich bin hier! Ich bin hier! Weil ich höre euch jetzt nicht an, die ganze Zeit dasselbe, denselben Texte rund und rund. Wir sehen uns gleich. So, da sind wir wieder. Der Tor ist offen. Und wir können weitermachen. Das war jetzt echt ne Aktion von Feinsten. Also mindestens 10 Mal. Bevor wir euch nicht ansehen. So, nein. Das Tether könnte sich hier verwendet werden. Okay, kid. Tether die Gate zu meinem Bumper, und ich werde es runterziehen. Okay, gut. Gib mir ein paar mehr, um sicherzustellen. Jetzt sprechen wir! Oh, das wird jetzt lustig werden. Ich glaube, das ist ein guter Ende. Na, lustiger Teil, natürlich. Ich fand die Tiere gerade schon eher lustiger. Ja, witzig. Na. Ja, witzig. Ja, witzig. Na. Ich werde dich vornehmen. Genau, die Tethers. Jetzt. Ich werde jetzt hier raufballern und ihr macht jetzt auch viel oder was? Ja. 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 Ja, ja, ich glaube wir sind die Superslamber. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte heute. Oh! On your left! Find some shelters, quick! Stay! Ow! Wait, what is that in? Here they come! On the right! Focus on the cultists! This is fantastic! Like a monster match! Woo! It's the first place! Machina! Ah! The hero is ALWAYS in battle! Oh no 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 no! The hero is still alive! The hero is still alive! I'm on the ground! I'm running! Where is he? Is he? Is he almost serious? Well we're in battle! Was ist das? Was ist er denn? Oh Leute, wo seid ihr denn? Mann, was macht jetzt? Mann, ey. Alter, legt mich am Arsch. Jetzt kommen sie nochmal alle zurück, oder wie? Ist doch jetzt nicht euer Ernst, ey. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kommen die ganzen Scheiße alle wieder zurück. Das ist ja ein Spaß. Das ist unser nächster Stopp. Du fühlst niemals, wie du dich beobachtet hast? Wie? Geh bereit, das gleiche Drill als vorhin. Hör mich wieder auf, ich will dich beobachten. Genau, die Tethers. Ciao. Das war's. Ich weiß es, Rey. 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 Ich weiß, Rey. Ich weiß es, 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 Rey. Ich weiß, Rey. Ich weiß es, 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 Rey.